Die schönsten Geschichten präsentiert Familie Lucky Bilou Schaumparty Viel Spaß, gebt uns einen Daumen nach oben Oh, hallo Leute, schön, dass ihr da seid Oh, Lisa, hallo, ich freue mich auch, dass wir da sein können Guck mal, was ich hier in der Tasche habe Also, ich habe was ganz Besonderes hier drin Oh Mann, ich bin aber gespannt Ich weiß schon, was da drin ist, aber ich verrate es dir nicht Och Mann Na ja, Lisa, hast du schon eine Vermutung? Irgendwie nicht Hier in der Tasche ist das drin Oh Das sind ja die neuen Bilou Sorten Die haben wir alle für dich mitgebracht Oh, ihr glaubt ja nicht, was ich im Badezimmer habe Das sind hier noch viel mehr Bilou Sorten Oh Mann, so viele hast du da Oh, ich liebe Bibi Das sind ja fast alle Die ist eine gute YouTuberin Wenn ihr Bilou mögt, Daumen hoch Boah, was machen wir damit jetzt? Duschen wir damit? Oh ja Aber die Dusche ist ja viel zu klein für uns Hat sie noch eine andere Idee? Hm, ja, vielleicht in den Pool In den Pool, das ist ja super Erlauben das deine Eltern? Ah, bestimmt Na ja, aber meine Eltern müssen noch einkaufen für die große Party, die wir am Wochenende schmeißen Das heißt, wir können also den Pool nutzen und da jetzt ganz viel Schaum reinmachen? Ja, eigentlich schon, aber mit den ganzen Bilou Sorten Okay, wir haben ja auch ein paar mit Ab in den Garten Ja Naja, das ist hier die neue Sorte Cherry Kisses Ja, aber eigentlich müssen wir die Das sollte doch eigentlich erstmal reichen Ja, würde ich auch glauben Komm, wir probieren das mal aus Wer wählt denn zuerst? Darf ich? Ja, okay Okay, dann nehme ich jetzt die Flasche Aber wie mache ich das am besten? Okay, so, nee, so kriege ich das nicht Könnt ihr mir mal helfen? Ja, ich probiere mal Nee, du hast recht, du geht das wirklich nicht so gut So So, dann Und Oh Mann Oha, das ist doch richtig viel Oha, guck mal, wie das sinkt Hey, das ist ja ein Kuda-Schaum Ja, einfach Bilou So, und wer schmeißt dich da zuerst rein? Hm, wer traut sich zuerst? Anton, willst du? Nein Lisa, willst du? Hm, ich weiß nicht Lara, du? Ich weiß nicht Oder muss ich als erstes? Ich weiß aber auch nicht Ein bisschen Angst habe ich ja Aber das riecht so gut Hm, diese neue Sorte gefällt mir echt spitze Ah, mir auch Oha, so das ist süß Habt ihr das schon ausprobiert, wie das riecht? Schreibt es doch in die Kommentare, ob ihr es mögt Oh, da habt ihr auch schon diese Sorte? So, jetzt springe ich aber rein Eins, zwei, drei Und Wow Das ist toll Oh Mann, Hammer Kommt auch, kommt auch Ich bin mir nicht sicher, aber okay Eins Zwei Drei Oh, oder doch nicht Ich weiß nicht Irgendwie habe ich Angst Nicht Angst, aber so Pflaumiges Gefühl Okay, jetzt Oh Lisa, jetzt musst du aber auch dazu kommen Oh Oh, das ist ja irgendwie so Pflaumig Oder Sherry basic Oh Mein Gesicht, mein Gesicht Ich sehe gar nichts mehr Ich auch nicht Oh Ich bin nicht versunken Sieht jemand den Julian? Also ich nicht Also ich sehe überhaupt nichts Ich sehe nur Schaum Oh Ähm Hoffentlich ist er nicht ertrunken oder so Ja, hoffe ich auch Julian? Bist du da irgendwo im Schaum? Julian? Julian? Ich bin hier oben Hä? Ich rutsche Wow Oh Und in den Schaum Yeah Das macht Spaß Oh Mann Ich will auch Das musst du ausprobieren Okay Ab die Ähm Treppe runter Hm Oh Oh, jetzt sehen wir alle gar nichts Wir sind Schneemonstern Wir müssen uns Augen befreien Hat euch dieses Video gefallen? Dann Gebt uns einen Daumen nach oben Abonniert uns kostenlos Und gebt uns Natürlich noch einen Daumen nach oben Und schreibt in den Kommentaren Wie ihr die neuen Düfte mögt Von Belou Tschüss Eure Lisa, Anton, Julian und Clara Was ist besser? Sherry oder Plummy Tschüss 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 Sie éléments Das schweizer Ich will zwei